Wir haben heute noch ein F da und jetzt messen wir noch ein bisschen was rein. Die Tante Fennine Österreich ist eine heredetige Kulpa. Da muss was da sein, zum Zeichen. Da kriegt die Christine Sprenger oder der Autodatter selber irgendwas machen. Ich möchte nicht so spenden, aber was werden. Und müssen wir das vorbereiten. Der Film dauert ja gerade drei, vier Minuten und das irgendwann. Also ich gehe jetzt kurz in den Kölnereimuseum schon drinnen. Ja? Ja. Da haben wir schon mal geschaut.